Die Top 5 Peace Soundsysteme, Ultimate Audio Erlebnis für dein Gaming Setup Ich bin absolut begeistert von den Trust Gaming GXT 658 Titan 5.1 Surround PC Lautsprechern mit Subwoofer. Der Klang ist vom feinsten und das Soundsystem verfügt über eine großartige LED-Beleuchtung. Die Fernbedienung ermöglicht es mir, das Volumen zu regulieren und den Sound nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Der Subwoofer liefert einen satten Bass und die Boxen sind perfekt für Filme, Spiele und Musik. Ich kann diese Lautsprecher jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Soundsystem für PC, Laptop, Konsole oder TV ist. Ich habe mir die Amazon Basics PC Lautsprecher gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Sound ist dynamisch und klar, und für den Preis ist die Qualität wirklich erstaunlich. Die Lautsprecher sind einfach über USB zu betreiben und das schwarze Design passt perfekt zu meinem Computer Setup. Ich benutze sie hauptsächlich für Musik und Videos und bin beeindruckt von der Klangqualität. Insgesamt würde ich diese Lautsprecher jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer kostengünstigen, aber dennoch leistungsstarken Lautsprecheroption für seinen Computer ist. Ich habe die Logitech Z200 kabellosen PC Lautsprecher gekauft und bin damit sehr zufrieden. Der 2.0 Stereoklang ist großartig und mit einer Spitzenleistung von 10 Watt kann ich meine Musik laut und klar hören. Der 3,5 mm Eingang und die Kopfhörerbuchse bieten Flexibilität beim Anschließen an verschiedene Geräte wie PC, TV, Tablet oder Handy. Das Easy-Switch-Feature ist nützlich, um schnell zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln. Der EU-Stecker macht das Setup einfach und problemlos. Alles in allem eine tolle Kaufentscheidung in der Kategorie Elektronik und Foto, Funkgeräte und Zubehör, Zubehör. Ich habe das Logitech Z906 5.1 Soundsystem gekauft und bin absolut begeistert. Mit 1000 Watt Surround Sound ist das Klangerlebnis unglaublich intensiv und immersiv. Die THX Zertifizierung sorgt dafür, dass jeder Ton mit beeindruckender Klarheit wiedergegeben wird. Die Fernbedienung ist sehr praktisch und ermöglicht es mir, die Lautstärke und andere Einstellungen bequem von meinem Sofa auszusteuern. Ich schließe das System an meinen PC, meine PS4 und meinen TV an und es funktioniert einwandfrei mit jedem Gerät. Die Installation war einfach und das Design ist elegant und unaufdringlich. Ich kann das Logitech Z906 jedem empfehlen, der ein erstklassiges Soundsystem sucht. Ich habe mir das Logitech Z333 2.1 Lautsprechersystem mit Subwoofer gekauft und bin begeistert. Die Spitzenleistung von 80 Watt sorgt dafür, dass der Sound wirklich klar und kraftvoll ist. Besonders beeindruckt hat mich der satter Bass, der das Musikerlebnis noch intensiver macht. Das Steuergerät ist einfach zu bedienen und ermöglicht es, verschiedene Geräte anzuschließen. Ob PC, PS4, Xbox, TV, Smartphone oder Tablet, alles funktioniert einwandfrei. Ich kann das System jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Lautsprechersystem ist. Einziger kleiner Kritikpunkt, der EU-Stecker könnte etwas stabiler sein. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.